Ja, ich bin wirklich gespannt aus dem März 2008. Wer da bei uns das Rennen macht? Wer da im Rathaus bleibt und wer muss gut? Bleibt der Pauli, dann kommt der Kurt. Aber egal wie es rausgeht und meine Farbe oder neue Regeln vielleicht hat, irgendwie muss ich alles nach und nach einspielen. So wie beim Stadtmarkt mit dem Bier und Obst und mit dem Scheiße bei der Plärbach. Der Bürgermeister Kirchner hat heute noch ein recht schwieriges Ressort erwischt. Dauernd muss er, um die erhützenden Gemüter zu besämtigen, recht hin und her schornieren und hat dabei alle Hände voll zu trüfen. Das sieht ungefähr so aus wie manchmal vor. Da haben wir Böse, Kartosche und da haben wir Obst oder was? Und sowas auch. Applaus 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 So geht es an einem Bürgermeister Kirchner, er hat etwas so viel zu tun und da kann man dann alles immer gleich so im Griff haben, aber er hat sie nicht untergelegt. Applaus Applaus Applaus